Sag mal, Benni, heute verkündet der Bundestrainer ja seinen EM-Kader. Du meinst unseren EM-Kader? Wer ist denn alles dabei? Also. Der Dortmunder Fußballprofi Nico Schlotterbeck. Hey Freunde, was geht ab? Den kenn ich. Das ist der Juna Tatar. Robin Koch. Maxi Bayer. Alexander Nübel. Maximilian Mittelstädt. Manuel Neuer. Du bist natürlich dabei. Beide mal anschauen. Benjamin. Hendricks. Marc-André. Dirk Kiel. Einfach mal lupen. Nominieren ganz offiziell für den DFB-Kader unseren Freund Robert Andrich. Das nimmt dir keiner mehr. Und wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass Herr David Raum dieses Jahr Teil der deutschen Nationalmannschaft sein wird. Und jetzt ganz exklusiv Alexander Pavlovich steht im EM-Kader für Deutschland. Alexander, wir drücken dir so die Daumen. Toni Kroos hat jetzt hoffentlich ganz oft 90 Minuten Zeit dafür zu sorgen, dass ihm hinterher vernünftige Fragen gestellt werden. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Wer steht im aktuellen Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? A-Klein, B-Groß, C-Dick, D-Dön. Pascal Groß. Und wir können sagen... Kai Havertz, du bist... ...dabei! Ilkal Gündogan, unser Kapitän für die EM. Lieber Schamal. Von der alten Nummer 10 zur neuen Nummer 10. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Chris Führig, alles Gute für die EM. Schießen ein paar Tore für uns. Wir jubeln dann sicher. Dennis Undarff, bei der EM genauso weitermachen. Auf geht's! Antonio Rüdiger. Bruder, freut mich, dass du dabei bist. Niklas Föckrug. Moin, Fülle. Gänsehaut. Ne, EM im eigenen Land. Boah, es macht mich so stolz. Das ist krass. Super Truppe. Könnte von mir sein. Ist aber unser Kader.